Hallo und willkommen zurück auf meinem Kanal. Heute nur ganz kurz und knackig mit der Ermittlung des Gewinners beim Gewinnspiel der Verlosung, wie auch man das nennen mag, für das Spyderco Ambitious. Ja, da wollen wir gar nicht lange eine große Vorräte halten. Gehen wir direkt rein. Wunderbar, das hat funktioniert. Herzlichen Glückwunsch dem Gewinner. Schreibe ich gleich über die Kommentare an. Alle anderen an dieser Stelle nur meine dürren, tröstenden Worte, dass wir es natürlich bei gegebener Gelegenheit nochmal wiederholen. Also eine Verlosung und es wird nicht kein Ambitious wahrscheinlich geben. Man soll ihn nie sagen, aber ich denke mal, es wird sich um ein anderes Glattmesser handeln dann. Ja, ich danke allen nochmal für Ihr Interesse. Ja, es kann leider hier nur eingeben, das ist in der Sache der Dinge begründet und deswegen, ja, packe ich das gleich mal hier noch ein. Danke für das Interesse und hoffe, wir sehen uns dann beim nächsten Messer.